Willkommen zu einem neuen Zaubertrick. Dafür brauche ich zwei Zweien. Erstmal darfst du dir eine Karte ziehen und sie dir natürlich auch merken. Okay, danach gibst du mir sie bitte wieder und jetzt kommt sie wieder irgendwo in das Kartenspiel zurück. Jetzt widmen wir uns den beiden Zweien. Eine Zwei kommt nämlich jetzt ganz nach oben und eine Zwei kommt ganz nach unten. Und jetzt geben wir der Zuschauer Karte den Befehl Geister rum bei den Zweien. Also Geister. G, E, I, S, T, E, R, Rum, R, U, M, bei, B, E, I, D, 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 D E, N, Z, B, E, I, E, N. Und wir gucken mal, ob das geklappt hat, dass die Zuschauerkarte bei den Speien herumwandert. Und wir gucken in das Deck. eine zuschauer karte ich meine eine karte befindet sich zwischen den zwei und es ist die zuschauer karte das war der kartentrick bis zum nächsten mal euer magic erik